ja das habe ich auch wir haben immer die gleichen wir haben immer die gleichen aufträge du siehst auch wenn du guckst jetzt du guckst jetzt wenn du jetzt guckst siehst du auch wer was angenommen hat du siehst dass jana das ganz oben angenommen hat du siehst auch dass ich ganz unten angenommen ein gott haben nämlich gehandelt er was für spaß dies die ganze runde nur abhauen damit ich dann als aller allererster von von allen gesehen werde ja das wird die rechten keller nur ja nach die waffe sogar hey entspann dich ja deines hier den hol ich nein vor die alte eine anknallt da komme ich direkt mal links jetzt habe ich So, scheiß mal auf die Eishüste, ist mir jetzt auch egal. Ich hab aber nicht so geile Wappen, ich hab Pümpel Junge, ne die hab ich auch, komm lass die voll Pümpeln Junge, hier unter mir ist wer, einer noch, mit Pümpel. Wie, der ist noch nicht Nock, ah Marco hat den Nock bekommen, ich kriege Anfall. Ah, ist los, alle weg, boah hab ich keine Waffen, ich flipp aus. Sniper ohne Visier, nicht mal ein kleines drauf. Nur Scheiße im Bunker, oder was? Ich glaub die Salve in lila, die hat gewählt, wenn du was. Ja, würde ich nehmen. Oh, auch richtig. Wer schießt denn hier, Alter? Das sind die Salve, Marco? Ah, okay. Ja, bei mir? Ja, lass sie einfach fallen, ich hol mir die schon. Ach, Mann. Die liegt dann, ne? Absolut. Ach, Mann. Die liegt dann, ne? Absolut. Hä? Digga, wir haben eine Schüsse gerade nicht connected bei dem. Auf der Insel liegt irgendwer in Nock, gerade im Wasser. Ich brauche zwar jetzt Gold. 110er. Och, Mann, Digga, den hab ich 210er gegeben jetzt. Jetzt krieg ich den nicht mal! Zum Glück hab ich ihn doch bekommen. Naja, das war der aber nicht. Naja, den anderen hast du so bekommen. So ein dicker Trank, den brauch ich noch nicht. Richtig. Warte. Aber es muss gewesen sein, ne? Ah, ich glaub ja. Der ballert doch sonst keiner mehr. Kopfgeld angenommen, ne? Hä? Ah, da. Was? Hä? Schießt ihr? Ne. Ah, das war der letzte Armut. Sagt der Ne und holt den. Hä? Ich hab in die Wunde noch nicht geschossen. Der war auch auf mich am Ballern. Hier liegt noch ein Bigness, Jana. Zwei sogar. Ach so. Ach so. Ja. Der blind wie immer. Digga, wo sind die denn, ey? In Afrika. Der Haken, Alter. Der ist so wichtig, ne? Der Martin. Der ist so wichtig, ne? Und die Muschis. Sind schon dieses komische Dorf, Dings. Ah ja, ich bin komplett runtergefallen. Maul. Ah, die sind aber auch weiter. Boah, bin ich hier Saltos am zünden, ey. Die hauen noch voll ab. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Die sind doch hier irgendwo. Ich seh die einfach nicht. Ah, komm, ich hab genug Saltos gezündet. Ich hab gerade so viele Saltos gemacht. Jan, wo bist du eigentlich? Mich heilen, hab ich runtergefallen. Achso, ja, hier sind sie, Marco. Hier sind Steps bei mir. Ich, ich, ich eile. Hä, hier sind doch wo Steps bei mir. Ach, da unten. Ja, die rennen in die Stadt, ey. Ich krieg kurz Reiz. Hey, die warten auf dich. Hä? Aber einer ist in die Stadt gelaufen. Ich wollte gerade sagen, da ist er. Hab ihn. 15. Da aus dem Haus, aus dem Haus. Hab ihn. Links von mir. Hab ihn. Nee, nee, nee. Hab ihn nicht. Ich muss nachladen, nämlich. Da, Marco. Ich, geh du da hin. Ich geh rein kurz. Nein! Schieß den an, schieß den an, schieß den an, schieß den an! Das geht jetzt nicht, Alter. Der hatte nichts. Der hat mich... Ja, naja, hier muss noch irgendwo wer sein. Volter Sniper. Volter Sniper, Lukas. Ja, Lukas. Ja, wo, wo, da. Die Lukas, ey. Das waren noch Zeiten. Ey, jetzt hat der mich geholt. Der hat sich nichts mehr. Jetzt mit dem Auto nach links weggefahren. Von dir aus. Ich meine, wie da ist ein SUV-Scheiß. Du musst da auch hin für... Nee, ihr könnt direkt da. Soll ich ihn kurz neu starten? Ja, mach mal, mach mal. Ist er direkt da. Ich guck mal, was passiert. Uuuuuh. Ich wollte gerade sagen, ich guck mal, was passiert. Ja, genau, ey. Er ist da oben auf dem Berg. Da oben auf dem Berg. Ich seh ihn. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er ist ein Falscher angestorben. Nein. Ja, Marco, du hast den Kill sogar bekommen. Es ist gerade nicht passiert. Ja, doch. Er ist einfach ein Falscher angestorben. Hier ist eine Dings-Muffianer. Ich weiß nicht, die ich markiert habe, aber... Ich habe da hinten das Sniper mit Holo liegen lassen, ne. Aber damit habe ich gerade drei Leute geholt, also... Da ist nicht verkehrt. Oh, nicht verkehrt. Dumm und Medi. Ah, hier vorne. Das ist erstmal ein Big Ness. Und greifen. Einfach ein Falsch-Schaden gestorben. Wir haben uns pushen, wollte einfach ein Falsch-Schaden stirbt. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das habe ich noch so einen guten Hit, weißt du? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Oh, ich habe ihn gesniped. Ich habe ihn einen guten Hit gegeben. Ja, push den, push den. Nein, das warst du eine Schüsse? 121er. Knock. Nice. Rausgenommen. Ja, direkt rausnehmen. Ja, dann habe ich befolgt. Roll Chef. Noch einer, noch einer, noch einer. Wo ist der? Ja. Ja, Nadine. Aber er muss noch immer mehr sein, oder? War nämlich auch wieder nur ein Knock. Ich habe kaum Munition, Alter. Fuck mich das ab. Ey, komm mal her. Bist du? Warte, ich komme runter. Ja, Sniper habe ich satt, Alter. 42. Ja, hier, komm mal her. Bist du klar? Bist du da habe ich auch jede Menge. Die Stromgewehr, Dings. Ja, daher reicht. 200. Ist der Bunker schon auf? Nee, ich glaube nicht. Brauchen wir eine... Obwohl doch, klar. Das Metallion habe ich, ja. Oh, oh. Wollt ihr nicht. Sniper, der muss doch der letzte noch irgendwo sein. Keine Ahnung. Ich habe hier mal den ganz angenommen. 100% nicht. Ja, ich muss mal ganz kurz runternehmen. Oh, ja, das nochmal. Bist du ja, der muss hier irgendwo hinten sein. Ist der Bunker offen, Jana? Ich suche gerade den Eingang. Lass mal gucken, ob wir den finden, Marco, den Typen. Ist ja irgendwo hier bei uns sein. Hä? Du musst doch irgendwo hier hinten sein, oder? Ich bin so lost. Ne, geh doch einfach... Schlag doch einfach in den Keller runter. Du kannst dich doch runter... ...bauen. Ich kann den Fußboden nicht kaputt machen. Gut. Ah, man sollte den Fußboden dann auch schon treffen. Das hilft meistens. Ich kann nicht machen, was ich will. Ich gucke runter und es passiert nichts. Na, ich komme gucken. Guck mal, Marco, den findest. Ne, kannst du auch mitmachen, okay? Na, ich komme. Ach, hier. Oh. Oh, nee. Nee, nee. Ey, was ist der denn? Ach, der, der Bunker ist offen. Boah, und die, alles. Hier liegt noch eine Sniper, Marco, und eine blaue. Oh, du hast, glaube ich, ne? Ne, hast du nicht. Oder kannst du mit... Ne, kann ich nicht. Ich habe eine grüne. Der bewegt sich, weg. Ah, ich komme. Komm, Jana. Der hat sich in die Richtung bewegt. Warte. Da hinten so. Zone, Marco. Das bringt eh nichts, wenn du da hin rennst. Der ist bei mir. Ja, aber lasst ihn doch kommen. Der muss doch eh auch aus der Zone raus. Der ist hier im Haus bei mir. Ja, aber der muss doch da auch raus. Ah, ich sehe den da unten. Da, der ist da unten. Ja, hab ich schon gesehen. Er hat gut Hits bekommen. Er hat gut Hits bekommen. Er muss fast tot sein, ja. Komm, 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 Zone, Zone, Zone. Ab, ab. Nice, Alter. Der wichst auch noch. Ich würde sagen, ja, der muss so fast tot sein. Der hat sich bestimmt... Ja, ich habe den so krass angehättet. Der muss sich auch gedacht haben. Mann, sind die mich am handen hier. Na, wie du eben. Das geht's doch nicht. Ja, ja. Der eine war aber geil. Einfach an Falsch. Er snipet. Wenn ich denkt, oh ja, ich habe den 110er, 110er. Los, ich pushe den. Die Team-Mets wahrscheinlich auch pushti, pushti. Die leben wieder. Er denkt sich, ja, jetzt hole ich den Stur. Einfach an Falschaden. Ja, das war los, Alter. Das war wirklich... Junge, das ist ja unangenehm. Ja. Die Team-Mets... Mann, bist du blöd. Bist du blöd, Junge. Sturbt an Falschaden. Hier liegt noch so ein Ding. Ja, die hatten auch Safe-Krone. Ja, ich hatte einen goldenen, ne? Haben wir aber nicht. Haben leider keine Krone. Leider nicht. Ja, aber allerdings. Die haben wahrscheinlich gesagt, die hatten Safe-Krone, also wenn die spielen. Ey, ich hätte aber... Also, die hätten das dann aber sehen müssen, weil die sind dann dann zu uns gekommen. Da kommt ein Zug. Der Zug, der Zug. Warum Zug, wer drauf ist? Alter, jetzt ist fast wieder zu ein Ende, ey. Ja, ja. Ich glaube, am Zug ist niemand. Ne. Aber da ist so ein Viereck bei mir. Ja, weil das... Es ist diese Kiste, die ist noch nicht geöffnet. Wann drauf gehen? Kann man machen. Oh! Super. Ja. Ja, lass kurz das Ding looten und dann runter hier wieder. Ja, jetzt bin ich noch voll Muni, glaube ich. Da hinten, da würde ich gern hin, ey. Wie lange dauert das schon... Oh, nein. Digga, dauert das lange, das schaffen wir nicht mal. Ja, dann scheiß drauf. Ja, komm, das runter, das schaffen wir nicht mal. Ja, ich auch. Lass wieder zurück, da wo wir kommen. Also, beziehungsweise, da hinten, wo ich markiert hab. Ey, das hat mich nicht mal geschafft, der aus der Zone rausgefahren hat. Scheiß Teil. Ah, unangenehm. Oh. Der hat einfach alle geholt. Wer? Da unten so ein Tal der FCB, habe ich gerade gelesen, hat einfach ein ganzes Team geholt. Beziehungsweise hat vier Leute geholt, also einen knocked und dann alle rausgenommen. Ah, jetzt ist der Zug offen. Na, da wär, ist bestimmt nichts Besonderes mehr dran gewesen. Ich brauch noch eine Autopumpe, eine gute. Hab ja auch nicht, leider. Ich hab eine Graue. Alter, ist nicht dein Ernst. Doch. Alter, gibt's ja auch Gegner? Na, vor uns. Irgendwo. Also, in dem Dingens da, hier. Klar, so. In die Richtung. Muss der irgendwo sein. Ah, lass mal hier vorne hin. Der muss doch dann, der muss doch ungefähr zu uns kommen. Oder wir warten hier oben, können wir auch. Weil hier sind wir noch in der Zone. Ich würd schon gerne noch spitzieren. Ja, dann sind wir nicht mehr in der Zone, oder? Ich bin hier in der Zone, wo ich bin. Ja, mach mal, mach mal. Er ist bei mir, der ist bei mir. Der ist unter mir, da an dem Baum. Der hat nix mehr. Ich flipp aus, ne? Der ist an dem Stein. Boah, regt der mich auf. Hier ist ein anderes Team neben mir, glaube ich. Ja, 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 ja. Im Busch, im Busch, im Busch. Von da oben, von da oben, von da oben. Snipen welche, snipen welche. Oh mein Gott. Einer knockt da oben. Nochmal, wo, wo, wo? Pink. Ja, oben, auf dem. Ich muss noch mal da. Mann, ich raste gleich aus hier. Der, 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 der ist so rumgebackt da oben. Ich hatte einen knock, aber, das ist wahrscheinlich schon längst vorbei. Ja, ich sag ja da, ich hab 5 mal markiert da. Von hinten, von hinten. Ja, ich hab, Marco, ich hab da jetzt schon noch 180 mal markiert. Ja, sorry. Einer war knockt da, aber der ist schon wieder aufgeholt, glaube ich. Aber der ist ja keine Sniper der Pfosten, ne? Noch eine knock. 303er Headshot. Ist die Frage, ob wir da irgendwie hinkommen. Boah, Junge. Außenbusch hat er mich... ...befickt. Ja, perfekt. Wir müssen hier abhauen. Ja. Wenn jetzt von oben runter pushen, dann haben wir ein Problem. Ja. Man, mich nervt, dass ich jetzt schon zweimal da weh mit dem Headshot noch geholt hab. Bringt ja nichts. Ey, bringt noch nichts, das ist das Problem. Komm mal zu mir. Hier oben ist es schön. Ich hab zwei Dinger eingesammelt. Wo sind die denn? Ach, da unten, da. Da unten laufen sie, die looten uns... Ey, komm, nimm mal schnell, nimm mal schnell, ernst. Bei mir, bei mir, hinter dir, hinter dir, Luca. 121er. Liegt hier oben. Ach, komm. Ah, die müssen eh zu uns kommen, die müssen zu uns kommen. Ja, trotzdem. Ich hab zweimal einen Header-Knock gehabt. Das nervt. Das übelst. Nee, da auf den Berg, auf den Berg. Oh, ich... Ich hätte ihm gerade einen Header gegeben, wenn ich nicht runtergefallen hätte. 155, rechts. Ach, schade. Hier unter uns. Mit dem scheiß Schild. Der ist fast tot unter uns, der. Mit dem scheiß Schild. Frosch wurde gesnipet, ey. Hab ich. Komm, da krümpft rechts. Nimm den mal raus hier unten, ja. Hab ich, hab ich, hab ich. Mein Gott, ey. Müssen sich jetzt... Lad nach, die müssen jetzt move'n, Alter. Ja, ich weiß. Lass noch ein bisschen warten mit schießen. Die move'n links. Links? Ja, ja. Wo genau? Da, irgendwo. Seh' ihn aber nicht mehr. Schuss auf mich? Weiß ich von wo? Wieso treffe ich ihn nicht? Hä? Ich bin drauf und treff schon wieder nicht. Das ist manchmal so random. Meine Schüsse connecten nicht mehr. Ich glaub, ich hab grad'n tierisches... Passat uns zu zwei, ne? Äh, ich glaub, ich hab grad'n tierisches Internetprobleme. Meine Schüsse connecten gar nicht mehr. Ich bin drauf, aber ich treff nicht. 121er. Noc. Der eine kommt hier. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Wir hatten so eine geile Pose, Alter. Ah, die Armen, ey. Die mussten richtig zu uns. Oh, ich war für verrückt, die Madallons da am einsammeln. ever? Beindebar.